Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema Ändere dein Denken, ändere deine Welt. Ihr Denken hat großen Einfluss auf ihr Leben. Dies können sie sich zunutze machen und ein besseres Leben erschaffen, indem sie ihren Verstand mit positiven Dingen nähren und Negatives meiden. Wenn sie sich auf das Gute fokussieren und darauf, was sie haben, anstatt darauf, was ihnen fehlt, dann wird sich alles für sie verändern. Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienste ermutigt, verbindet und berührt.